Aha. 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 Wo bin ich? Bitte geh du da drüber. Ich will nicht selber gehen. Ich fall da runter. Ja, das machst du sehr schön. Danke. Ein bisschen Todesstern-mäßig, oder? Okay, ich kann speichern. Und ich will speichern. Level 32. 6-1. Okay, das Spiel wird wohl noch eine Weile dauern. Ich bin jetzt gerade mal in 6-1. Habe ich überhaupt noch Lust? Ja, komm. Ich spiele bis zum nächsten Speicherpunkt. So viel Lust habe ich noch. Ich habe keine Lust mehr. Ich will aufhören. Was war denn hier mit? Die Gegner werden getäuscht. Inwiefern werden die getäuscht? Okay, in der Raum ist mir äußerst unsympathisch. Ach du! Nee, vergess es. Du wüsst ja nicht, warum ich dich blatt machen soll. Hier ist doch sonst nichts. Dann will ich jetzt da hinten in den Raum. Oh. Wow. 70. Die Dinger ziehen mittlerweile 70 ab. Das ist krass. Wozu steht das Ding da? Iiih! Was bist du denn? Hä, 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 hä. Was? Was? Zum? Okay, außer Bomben nix. Ich gehe jetzt sämtlichen Kämpfen aus dem Weg. Ich habe gerade überhaupt keine Lust mehr auf Kämpfen. Die Bosse haben mir gerade gereicht. Alter! Dankeschön. Die hätte ich mir nicht holen sollen. Da komme ich nicht mehr raus. Oder? Nee. Puh! Wow, ich habe schon lange mit mir geschossen. Das fühlt sich so gut an. Das bedeutet wohl, die Dinger gehen nicht kaputt. Okay. Lass uns jetzt durchlaufen. Jikes. Na perfekt, würde ich sagen. Oh, scheiße. Was bist du denn? Ach, nee. Nein, 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 nein! Scheiße! Und ich drücke natürlich wieder springen, ich Ochs. Mann! Das da war jetzt Oberaffen-Arschkürze. What? Die Fenster und Hänzer. Och, nö. Oh, wir haben... Ich sehe es gerade. Oh! Wir haben mittlerweile vier Kombos. Das heißt fünf. Okay, was dann passiert, ist jetzt wohl klar, oder? Wir machen die fünfte Kombos selbst. Rechts, links, rechts, links, rechts. Oder links, rechts, links, rechts, links. Oder links, 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 rechts, rechts. Oder links, links, rechts, rechts, rechts. Oder... Ja, oder so. Oder anders. Das nervt. Es ist langweilig. Jawohl. Langweilig. Genaumst für'n Arsch. die Prozent die 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 das ist nicht das ist nicht die die das Blöde ist ich muss eine Kombo löschen ich muss eine Kombo löschen weil ich drei Plätze habe ich habe eine 2er, eine 3er und eine 4er schon gespeichert weil vielleicht kann ich die Set-Kombos oben löschen das wäre super weil die benutze ich eh nicht ansonsten werde ich glaube ich die 3er löschen die ist am überflüssigsten ne ich muss ja eine editieren ein Right-Middle-Kick Plunk ein Left-Middle-Kick Plunk ein Right-Middle-Kick Plunk ein Left-Middle-Kick äh Kick Plunk und zuletzt ein Right-Middle-Kick Plunk aber natürlich will ich sie behalten ne der habe ich nicht okay äh dann mache ich die 3er weg das war doch jetzt fett oder? das war doch jetzt fett oder? und jetzt Bitteschön Doink 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 Hält das viel was aus ey Ein Kick noch oder? Ein Kick noch Komm schon Ein Kick Ach Manno Warum halten die jetzt immer so viel aus? Das ist ja nicht als wäre das Spiel schwerer dadurch das zieht sich einfach nur länger Alter das war jetzt glaube ich ziemlich blöd und das war noch viel blöder egal Oh ey Das kippst doch nicht Wie viel dritter hätten der jetzt mittlerweile aus? 10? Da dürfte ich ja schon fast dran sein ne Oh wow Und das beliebte Dreieck lässt er wieder fallen Speed in ganzer Danke Wo ist die Tür hin? Ach da Ähm Äh Ah Doch schon Kisten Keycard Okay Merken Da ist die Keycard Tür Ah Dankeschön Ah Dankeschön Was denn? Wow Ducken Wow Der kann nicht durchs Gitter schießen Ah Ja lala Und aufwärts Ja endlich fahre ich mit einem Aufzug mal nach oben Das ist ja fantastisch Oh Äh Darf ich wieder nach unten? Es war unten Ja jetzt lasst mich da raus natürlich Äh Ah die Keycard Äh Der Keycard scheitert Ich hab's gewusst Und die auch ne? Ne da ist ne Kiste Ja Bitteschön Aber warum kann ich hier oben weiter Wenn da unten die Keycard Tür war? Ja Ich nix verstehen Danke Danke Das ist ne Sackgasse da hinten Das ist nur ein Raum Und ich könnte mir vorstellen Dass in diesem Raum ein Gegner ist Will ich in diesem Raum? Ich hab keine Ahnung Ich glaub Also eigentlich will ich nicht da rein Aber ich will wenigstens reingucken Ob ich recht habe Ich habe recht Gibt's hier Irgendwas Was ich brauch Nein Okay raus Er sieht mich noch nicht Und tschüss Super Alter Das war asozial Ich habe Ich hab's